Ja moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bridget Reloaded. Heute werden wir eine neue Schwierigkeitsstufe spielen, nämlich Mittel. Dann werden wir die neue Stufe mal laden. Okay, die Brücke ist im Canyon. Wir werden wieder die Straße bauen und müssen die dann mit Füßen befestigen, die natürlich aber auch weit unten sind dieses Mal. So, wir haben Stahl und Eisen wieder zur Verfügung, wie immer. Oder wie meistens. Wie machen wir das am besten? So, genau. Passest du dir jetzt auch? Jawohl. So. Wir werden natürlich sehen, dass wir vielleicht auch eine E-Mütige, genau. So, und das gleiche machen wir auf der Seite auch nochmal. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber schauen wir mal. Das müssen wir ja so auch nochmal. Ach du Scheiße, wir sind schon über dem Budget. Dann müssen wir mal gucken, das müssen wir mal sehen, was war. Was war das hier vielleicht mit Eisen machen? Genau, dann lassen wir das hier in der Mitte weg. Genau. Falsch. Das machen wir für oben gar keine Träger gesetzt. Die Träger sind jetzt komplett unten. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das hält. Sieht ganz gut aus. Ohne Probleme. Jetzt langsame Stufe 3, aber das dauert ja wirklich lange. Dann lassen wir jetzt mal ein paar Autos drüber fahren. Ah, da kommt der Zug. Ah, man hört ihn schon. Da kommt er auch. Da wird ja lang. Amen. Da kommt er vor. Das ist wichtig. man hätte vielleicht vielleicht schauen können dass man hier dass man die außen mit stahl macht und die inneren mit eisen weil stahl ist ein festeres material aber es hält ja so jetzt auch wenn man sieht dass die außen schon wirklich ein bisschen beansprucht werden das geht man ab der nächsten folge so so dann immer machen wenn man die außen mit stahl macht die inneren mit eisen gut aber die bürge hat gehalten das ist ja das entscheidende in diesem sinne bis zum nächsten mal